Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres extrem sportlichen Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich auf einen Gast, sehr besonders. Ich versuche es ganz kurz zu machen, auf den Punkt gebracht. Er ist absoluter Grenzgänger, genauer genommen Grenzfahrer. Er ist Extremsportler, hat unzählige Rekorde, Weltrekorde. Er ist im Bereich der Langstrecke Radprofi, unzählige Male das Race Across America gewonnen, ich glaube das jüngste überhaupt. Er ist der einzige Mensch, der die 1000 Kilometer unter bzw. in 24 Stunden geknackt hat. Da werden wir dann gleich drüber reden. Er ist Keynote Speaker, er ist Mindset Guru und er betreibt einen der erfolgreichsten Sportpodcasts mit dem klingenden Namen Sitzfleisch. Und ich bin sehr froh, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen Christoph Strasser. Servus, hallo, freut mich. Sehr spannend, dass ich heute bei euch sein kann. Ich freue mich. Es ist mir eine große Ehre, Christoph. Wir haben im Vorbild kurz geredet. Vor ein paar Jahren haben sich unsere Wege kurz geschnitten, ohne darauf jetzt näher einzugehen. Das ist ein kleines Comeback für uns zumindest. Wie immer an der Stelle würde ich starten mit einer kurzen Aufwärmrunde. Du bekommst ein paar Fragen und mit der Bitte ganz intuitiv und spontan aus dem Bauch heraus zu antworten. Wir legen los. Erste Frage. Wenn ich nicht Extremsportler geworden wäre, dann? Tennisspieler. Wie viele Stunden trainierst du im Schnitt täglich? Ungefähr 5, wobei 25 Stunden in der Woche sind eine gute Zahl. Bist du abhängig von Sponsoren? Nein. Wie motivierst du dich immer wieder aufs Neue? Hin und wieder braucht es ganz neue Ziele. Bist du abergläubisch? Vielleicht unbewusst. Mein schlimmstes Karriere-Tief? 2015 ausgeschieden beim Ram. Eigentlich sogar 2009 ausgeschieden beim Ram. Und 2010 ausgeschieden beim Race Around Austria. Und daraufhin, bevor es eigentlich richtig losgegangen ist, zwei ganz schlimme Rückschläge, wo ich mir gedacht habe, vielleicht wird es nie was. Hast du ein Lebensmotto? Vielleicht unbewusst. Lanz Armstrong oder Jan Ullrich? Jan Ullrich. Ich fahre ganz, ganz niedrige Trittfrequenz und schwere Gänge. Nächste große Challenge? Race Across Italy im Mai 2024. Hast du deinen inneren Schweinehund im Griff? Meistens. Mein Lieblings-Podcast? Abgesehen von Sitzfleisch? Tennis-Podcast, der ist auf Englisch und ich liebe das British English. Disziplin oder Durchhaltevermögen? Durchhaltevermögen. Was ist wichtiger, Kopf oder Körper? Früher hätte ich gesagt Kopf und jetzt sage ich, was absurd klingt, Körper. Wobei in Wirklichkeit beides untrennbar verbunden ist. Hast du einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich weitergeben würdest? Wenn ich meinem jüngeren Ich einen Tipp geben würde, würde ich darüber nachdenken, weil das ist glaube ich eine wichtige Sache. Deswegen kommt es jetzt nicht ganz so spontan, aber ich würde zu mir sagen, wenn man es überlegt, ist das das Richtige für mich? Soll ich das machen, wenn es leicht von der Hand geht und wenn es Spaß macht, wird es auch früher oder später gut werden? Passt. Christoph, das ist die erste Hürde. Vielen Dank. Jetzt starten wir rein in ein kurzes, relaxtes Gespräch und ich habe viele Fragen vorbereitet. Auch das habe ich im Vorfeld schon erwähnt, ich gehe davon aus, dass du die meisten Fragen schon mal gehört hast, unzählige Male beantwortet, in deinen Keynotes verarbeitet. Du bist da jetzt eh schon routinier, ich versuchst trotzdem ein bisschen frei von der Leber und wirklich auch in die Richtung, was mich interessiert. Als zumindest, ich würde sagen, ambitionierter Hobbysportler, der das Thema Ausdauersport sehr faszinierend findet. Und da bin ich, glaube ich, wie viele andere, gleich mal bei dem Thema Disziplin. Ich habe schon noch kurz erwähnt, man sagt ja, disziplinierte Menschen sind weniger faul. Ist das tatsächlich so, bist du wenig faul, hast du Tendenzen zum Faulsein, korreliert das irgendwie bei dir oder? Ich habe im Vorfeld gerade die Auswahlfragen gehabt, Disziplin oder Durchhaltevermögen. Und ich denke, Durchhaltevermögen ist bei mir vielleicht wirklich stärker ausgeprägt, wobei das natürlich zusammenhängt und ineinander verwoben ist. Aber ich bin nicht immer ganz diszipliniert, beziehungsweise nicht immer so hoch motiviert, wie viele vielleicht glauben. Ich habe genauso meine Phasen, was mich richtig anzipft, wo ich mich sehr schwer tue, die nötige Motivation zu finden oder mich aufzuraffen. Und ich glaube, alles andere ist, ich bin nicht ganz ehrlich, ich glaube, man würde sich anlügen, wenn man glaubt. Oder es ist unrealistisch auf Dauer, dass man immer motiviert ist oder immer konsequent ist und immer alles durchzieht. Sondern ich denke, ganz wichtig ist, einfach zu akzeptieren, dass es gar nicht so sein kann. Und das andere geht in Richtung Perfektionismus. Und wenn du glaubst, du musst immer alles perfekt machen oder du musst dich selbst immer optimieren, das geht eine gewisse Zeit gut, aber nicht auf Dauer, weil einfach es ganz normal ist, dass es Phasen gibt, wo es einmal schlechter läuft, wo du keine Lust hast, wo du müde bist, wo du einfach einmal den Kopf frei haben willst. Und du kannst dann halt an den anderen Tag nicht trainieren oder gesund essen. Und deswegen weiß ich halt, wenn es darauf ankommt, wenn es wirklich wichtig ist oder wenn es näher hingeht zum Wettkampf, dann werde ich immer konsequenter. Aber es gibt auch Phasen im Jahr, wo es einfach um nichts geht, wo man einmal einen Monat lang nicht trainiert und Urlaub macht und zwei Kilo zunimmt und das Leben genießt und auch Tag die Woche gehört auch dazu, wo man es einmal locker angehen lässt. Weil ich will im Beruf oder im Kontext von einem Beruf, würde ich sagen, man will kein Burnout haben, sondern man will vielleicht kürzer und effektiver und effizienter arbeiten, dadurch aber eine super Leistung bringen. Und das Ziel ist nicht, dass ich maximal viel Zeit an meinem Arbeitsplatz aufbringe. Und im Sport will ich auch kein Übertraining haben. Das heißt, die Trainingseinheiten sind aber mir kürzer geworden die letzten Jahre, intensiver und dafür ist auch mehr Zeit zum Regenerieren. Das heißt aber, man kann sich das tatsächlich so vorstellen, es gibt ja Leute, die tatsächlich ein sehr strukturiertes Leben haben, auch perfektionistisch in allem, was sie tun, Beruf und auch abseits des Berufs. Aber bei dir ist es schon so, der Christoph, der sich jetzt nicht direkt in der Vorbereitung befindet, aber im Wettkampf, der haut sich dann einmal einfach auf die Couch und isst Gummipärchen, weil er einfach Lust hat und denkt sich nicht, was heißt das dann vielleicht für später einmal. Sondern du kannst dann einfach das trennen und sagen, jetzt ist es nicht wichtig, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. Ja genau, das habe ich mir früher schon ein bisschen schwerer getan, weil du hast irgendwie, du glaubst, du musst alles perfekt machen und in Wirklichkeit ist Perfektionismus die ideale Voraussetzung zum Unglücklichsein, weil du wirst Sachen nicht, es wird nie perfekt sein und wenn du das aber unbedingt willst und dich so verkrampft darauf, dann wirst du das nie erreichen und wirst ziemlich ein unerfülltes Leben haben. Und deswegen, ja wie gesagt, wenn es darauf ankommt, dann und wenn es vor allem einen tieferen Sinn hat, wenn ich weiß, ich mache jetzt das Training oder die Vorbereitung oder eben alles, was dazugehört, für einen gewissen Zweck, für einen tieferen Sinn und ich habe ein Ziel vor Augen und auch das Ziel hat einen Sinn für mich. Also nicht, ich sage einfach, ich möchte das und das erreichen, sondern ich muss wissen, warum will ich das erreichen, was passiert im Nachhinein, was sind die Konsequenzen in der Zukunft, was sind die positiven Auswirkungen, wenn ich mein Ziel erreicht habe, warum lohnt sich das, alles dafür zu geben und dann kommt natürlich auch Durchhaltevermögen und Motivation. Für mich ist ja die absolute, die Ansatzfrage in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, mit den ganzen Rekorden, mit den immer wieder Rekorden, die du aufstellst, Seriensieger eben beim Ram, wie zum Henker schafft man das, dieses Unmenschliche, sich immer wieder zu diesen Höchstleistungen zu motivieren, das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal zu gewinnen, wieder hinzufahren. Was ist da für dich dieser letzte Push, dass du sagst, okay, die harte Vorbereitung, die Einschränkungen, die Disziplin, das nehme ich alles auf mich, weil der Punkt, dieses Gefühl, dieses Adrenalin, wie würdest du das beschreiben, das dich so weit bringt, immer wieder diese Grenze zu verschieben? Das Schönste ist definitiv, unterwegs zu sein. Entweder jetzt, wenn du sagst, du bist in einem Rennen unterwegs, also quasi on the road zu sein, ist schöner und erfüllender als der Moment, wo du dann die Ziellinie überquerst, weil der Moment ist sehr, sehr kurz und sehr schnell vorbei. Aber unterwegs zu sein, ist ein langer Prozess und vor allem das Unterwegssein im Jahr davor, weil für so ein Race Across America oder jetzt die letzten Jahre für das Transcontinental Race, da ist die Vorbereitung dann doch 8 bis 10 Monate und das ist dann eigentlich der schöne Prozess, wo du siehst, du machst jeden Tag, du hast so deine Aufgaben für die Woche, fürs Monat, du hast irgendwie so deine Zwischenziele, deine Meilensteine und wie schon vorher gesagt, natürlich jetzt nicht jeden Tag Vollgas, aber trotzdem, du hast irgendwie einen Fokus und du weißt, du hast einen Weg vor dir und jeden Tag, auch wenn es zwischendurch Rückschläge gibt, aber irgendwie hast du trotzdem irgendwie einen Prozess und das ist halt eigentlich das Schöne und Erfüllende. Und ob das jetzt beim RAM ist, dass du auch das Team zusammenstößt und du merkst, irgendwie alle, die da dabei sind, die wachsen zusammen und jeder hat eine Freiheit und jeder bringt sie ein und jeder übernimmt irgendwie einen gewissen Job und hat gewisse Aufgabenbereiche. Du merkst einfach, es geht was voran. Und genauso beim Training, du startest mittelmäßig in Form und dann merkst du einfach, du wirst erschöpft und am übernächsten Tag bist du wieder besser in Form als davor und dann kommst du Schritt für Schritt dem Ziel näher. Und das alles ist eigentlich wunderschön. Und das ist auch der Grund, also dass jetzt dann ein paar Pokale oder Medaille in der Hand stehen, ist auf Dauer nicht erfüllend, sondern die Erlebnisse unterwegs und die Erlebnisse in der Vorbereitung. Das ist spannend, weil jetzt eher im Hobbybereich natürlich gibt es ja viele, die jetzt zum Beispiel Hausnummer sich auf einen Marathon vorbereiten und die dann oft sagen, ja, dieser wöchentliche Plan, dieses, okay, ich muss am Montag da, am Dienstag da, am Mittwoch habe ich frei, da muss ich das und da muss ich auf das schauen und genug trinken, das ist das Zermürbende für viele, sondern die würden gern zum Wettkampf springen, zwar wissend, dass es dann jetzt funktioniert ohne Vorbereitung, aber der Weg dahin ist für viele so zermürbend und du sagst gerade, dass eigentlich dieser Prozess dahin mit den ganzen Facetten, die du reinspielen, eigentlich für die eine Art Motivation ist. Am Ende des Tages. Ja, weil vielleicht ist es trotzdem so, wenn jetzt jemand sagt, der hat für einen Marathon trainiert, also rückblickend sagt, eigentlich war die Trainingszeit recht schön, weil du hast dann trotzdem jeden Tag eine Trainingseinheit gehabt, der ist anstrengend und am Abend bist du dann doch irgendwie stolz drauf, dass du es geschafft hast, obwohl du es eigentlich schon irgendwie streichen wolltest und irgendwie gedacht hast, vielleicht lasst es heute aus oder am Ende des Tages sagst du einfach, hey, heute habe ich einen kleinen Schritt vorwärts gemacht. Und das ermüdert und das erschöpft, aber im Nachhinein, glaube ich, denkt man zurück und sagt, hey, das war eine Zeit in meinem Leben, da habe ich wirklich, da ist was weitergegangen und da habe ich an mir gearbeitet. Und das Erlebnis Marathonlauf, wenn es jetzt, also nicht vier Stunden dauert oder was auch immer, bei mir würden es wahrscheinlich fünf Stunden sein, weil ich absolut nicht laufen kann. Das wäre meine nächste Frage, bist du in einem anderen Sport irgendwie aktiv, zum Beispiel laufen wird es nahe liegen, einfach für mich, aber. Fürchterlich schlecht. Nein, nicht aktiv, aber genau, was ich vorhin sagen will, das ist dann halt noch ein paar Stunden vorbei und das andere, du denkst mir vielleicht zurück auf ein paar Monate und die Vorbereitung, aber nein, ich muss sagen, mein Trainer schimpft hin und wieder, weil er gern hätte, dass ich mehr mache, weil es mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz jung und wenn man dann ein paar Jahre Sport gemacht hat, muss man irgendwie daran denken, okay, es geht jetzt nicht darum, was muss ich machen, damit ich schneller Rad fahren kann, sondern was muss ich machen, um gesund zu bleiben allgemein. Und eine gewisse Abwechslung im Sport ist schon wichtig, einfach um Gelenke, Oberkörper, Wirbelsäule, dass das alles stabil bleibt und wenn man halt nur Rad fährt, dann ist das sehr, sehr eintönig und jetzt habe ich leider eh angefangen müssen mit ein bisschen Knie beugen dazu, obwohl ich das absolut nicht mag und Berg gehen, das mache ich sehr gern, das ist schön, aber das mache ich nur in der trainingsfreien Zeit, aber ich muss sagen, laufen, man sagt oft, das geht so einfach und da fängt man einfach an, wenn du so viel Rad gefahren bist, deine Gelenke, deine Sehnen haben das verlernt, ich habe, wenn ich drei Mal hinterher noch 120 Minuten laufen gehe, dann habe ich Achillessehnen, Schmerzen, das Sprunggelenk tut mir weh, die Hüften tut mir weh, weil meine ganzen kleinen Gelenke, meine kleinen Muskeln, die das alles stabilisieren und die Bänder, das sind das einfach nicht gewohnt und die haben sich halt in eine andere Richtung entwickelt. Das heißt, du musst da wirklich aufpassen, dass ich mir nicht weh tue und im letzten Urlaub habe ich es geschafft, dass ich ein paar Mal laufen gegangen bin und dann habe ich drei Wochen nicht mehr gehen können, dann war der Urlaub so eher mittel. Aber ja, das heißt aber, eins kann man ja nicht von der Hand weisen oder anders gefragt, hast du dich mit dem Punkt schon beschäftigt, wie viel Talent steckt in dir, geborenes Talent, wie viel Arbeit investierst du, wie viel Ausdauer, Disziplin und all die Facetten, die den Erfolg dann ermöglichen, weil wie du es jetzt beschreibst, das klingt für mich, als wäre es einfach auch ein Naturtalent. Oder wie würdest du die Aufteilung machen für dich selber? Wie viel Talent, wie viel Arbeit stecken in dir? Da habe ich mit meinem Trainer auch schon einmal diskutiert, weil ich eigentlich schon so die Meinung habe, dass gerade der Ausdauersport eigentlich weniger talentabhängig ist, wie im, weiß ich nicht, vergleichsweise Fußball oder Tennis, war einfach der Ball zum Beispiel ein ganz besonderes Talent irgendwie ermöglicht oder erfordert Ballbehandlung, Ballgefühl und so. Ausdauersport ist ja von der Bewegung her eher stupide und monoton, das heißt, das ist sehr leicht zu erlernen und deswegen ist ja zum Beispiel Radlfahren im höheren Alter noch möglich. Ich habe zum Beispiel mit 39, 40, 41 Jahren so meine besten Leistungswerte, besser als mit 30 und das ist ja in anderen Spurtorten undenkbar, weil halt einfach Verschleißerscheinungen gering sind, es ist eine runde, gesunde Bewegung im Gegensatz zu Stop and Grow Bewegungen mit Richtungswechseln oder so oder Sprints und du hast Fouls oder Fremdeinwirkungen, aber ich bin von verloren. Ja, du hast mich gerade extrem motiviert, weil für mich jetzt als Laie hast du es im Umkehrschluss, ich habe mich jetzt aufs Radl, wo es mein Talent war, war die Frage. Und wir zwar von das nächste Ram irgendwie gemeinsam, zumindest gehe davon aus, nach einem Jahr Training, dass ich zumindest durchkomme, oder? Ja, genau. Die Frage war jetzt, wie viel Talent und wie viel antrainiert ist. Ich war immer der Meinung, es ist hauptsächlich antrainiert, weil einfach ich jetzt seit 15 Jahren jedes Jahr über 1000 bis 1200 Stunden Training Indus habe. Das sind so circa in Kilometer gerechnet 30.000 bis 40.000 Radlkilometer jedes Jahr und der Zeitraum macht es dann aus. Man kann das in ein paar Jahren ziemlich gut steigern, dass man seine Fitnesswerte nach oben bringt, nur, dass man das dann langfristig halten kann und kann einfach viele Jahre dazu, weil dann die Gelenke stabiler werden. Ich habe zum Beispiel bei den ersten Rennen Knieweh gehabt und so einfach Schmerzen im Lauf des Rennens entwickelt und es ist bei jedem Rennen weniger geworden, weil sich der Körper halt daran anpasst. Deswegen habe ich natürlich immer gesagt, wie auch viele andere, wenn es um das Thema Motivation geht, quasi wer fleißig ist und wer mehr trainiert wie die anderen, wird der Beste sein und kann alles schaffen. Das ist jetzt so die Floskel. Aber offensichtlich ist es nicht ganz so, weil was im Ausdauersport trotzdem irgendwie vielleicht nicht Talent ist, sondern körperliche gute Voraussetzungen ist ja zum Beispiel, dass man robust ist. Ich habe das Glück, dass ich kaum oder fast nie krank bin, dass mein Immunsystem offensichtlich recht gut ist. Das kann man natürlich beeinflussen mit guter Ernährung und gutem Lebensstil, aber es gibt ja auch schon andere Leute, die einfach ganz oft irgendwie angeschlagen sind oder sie irgendwo wehtun, verletzen, irgendwas entzündet sie und ich glaube, das ist so ein Talent, dass ich quasi so viel Radlfahren auch aushalte, ohne dass ich, ja, dass irgendwas kaputt wird und da habe ich wirklich, glaube ich, gute Gene mitbekommen und bin für das natürlich sehr dankbar. Ja, das ist das eine, das ist extrem faszinierend und der andere Part ist natürlich auch der Gedanke jetzt von jemandem, der mit dem wenig zu tun hat, jetzt fünf Stunden, sechs Stunden, keine Ahnung wie lang, auf einem Rad in dieser Haltung, in dieser monotonen Position dann auch noch Leistung zu bringen, da würden ja viele an sich selbst scheitern. Einfach in dieser konstanten, wiederholenden, monotonen Abfolge, wie schaffst du das mit deiner inneren Stimme, die da ja irgendwann, ich weiß nicht, passiert das bei dir überhaupt? Hast du so Momente, wo du sagst, Alter, das schert mich gar nicht, aber fährst dann trotzdem weiter oder hast du die Stimme so im Kript, dass ich gar nicht aufpuppt oder genießt du das einfach immer nur? Im Training ist das sehr oft der Fall, im Rennen eigentlich nie und viele sehen immer nur so, boah, der Straße fährt da irgendwie acht Tage lang, Tag und Nacht schläft fast nichts und durch die ärgsten, weiß ich nicht, klimatischen Wetterbedingungen, Wüste und Berge und Schneeregen und keine Ahnung, das Ärgste überhaupt. Nur ist es halt so, in so einem Rennen ist trotzdem die Motivation kaum ein Problem, weil du hast beim Ram ein Betreuer-Team, beim Transcontinental kein Betreuer-Team, aber du hast trotzdem, du hast Mitstreiter, du hast Zwischenstände, du hast irgendwie, weiß ich nicht, du hast einen Rückstand oder du hast einen Vorsprung, du hast irgendwie trotzdem immer, es ist immer was los und eigentlich die Motivationsprobleme, die gibt es tatsächlich unter dem Jahr, wenn es an einem, ich sage jetzt einmal, Donnerstag, 11 Vormittag, im Jänner, im Winter, daheim, allein am Indoor-Trainer sitzt und du weißt, heute sind sechs Stunden, draußen schneit es und keiner klatscht in die Hände und keiner sagt super und keiner sagt du eigentlich, sondern du bist selber für dich verantwortlich. Das sind, ja, zache Momente und am nächsten Tag tue dir die Füße weh, weil es sechs Stunden gefahren ist und dann stehen wieder sechs Stunden am Trainingsplan. Am übernächsten Tag tue dir die Füße noch mehr weh und dann hast du nochmal sechs Stunden vor dir. Das sind Momente, wo du dir die Frage stößt, manchmal, will ich das wirklich und warum tue ich das und ja, da entscheidet sich das irgendwie. Wenn man da durchhaltet, dann geht es im Rennen umso einfacher, umso leichter, dann hast du auch Spaß unterwegs, weil du körperlich gut vorbereitet bist und ich glaube, früher ist es, man kann sich das in anderen Lebensbereichen ähnlich vorstellen, es macht nicht jeder Arbeitstag Spaß, es macht nicht jeder Job rund um die Uhr Spaß, aber wenn die wichtigsten Sachen du gern machst, dann kannst du das auch in Kauf nehmen, und das hin und wieder Droge gibt dir halt einfach gemocht gern, damit du dauernd und den wichtigen Tagen quasi gut drauf bist und bestern genießen kannst. Das heißt, es kommt oder ist in den Rennen bei dir nicht wirklich oft vorkommen, dass der Körper dir signalisiert, du, come on, gehen wir es ruhiger an, es reicht eigentlich, äh, nicht so, dass du wirklich aufgehen musst, aber dass der Körper reagiert auf diese, auf diese Höchstbelastung und dass du dir dann wirklich überlegst, so im Kampf mit dir selber so, ich kann nicht mehr, kann ich doch, na, ich muss, weil dann die ganze Vorbereitung war umsonst, bist du nie in diesen, in diesen Zwiegkämpfen mit dir selber, auch nicht, weiß ich nicht, einmal kurzzeitig? Ja, doch, 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 und zwar, ganz wichtig ist, wenn ich beim RAM unterwegs bin, sind elf Betreuer mit, und einer davon ist, eine ganz wichtige Person, das ist Sportarzt, und wenn es jetzt so sein sollte, dass unterwegs, also in jeder, in jeder Nacht oder so, wenn dann so die kurzen Schlafpausen sind, gibt es einen Gesundheitscheck, das heißt, so Basischeck, Lungen abhuchen, Blutwert kontrollieren, ob man irgendwo einen Mangel hat, Sauerstoffsättigung messen, und so weiter, und wenn der sieht, dass gesundheitlich wirklich ein Thema ist, und dass ich vielleicht krank bin, oder dass wirklich was Ernstes ist, dann ist es so, dass der Arzt im Prinzip die Entscheidung trifft, ob man weiterfahren kann, oder nicht. Selber entscheiden ist immer schwierig, weil du halt, dein Körpergefühl täuscht dich irgendwann, du bist halt, im Alltag ist Körpergefühl großartig, wenn man ein bisschen auf sich hört, kann man wirklich viel entdecken, oder irgendwie checken, ob es einem gut geht, oder nicht. Wenn du schon seit 5 Tagen Radl fährst, und kaum schläfst, dann täuscht dich dein Körpergefühl. Und deswegen ist es so, dass es dann sehr hilfreich ist, wenn jemand zu dir sagt, okay, dir geht es jetzt gerade schlecht, das verstehe ich viel, aber du kannst dir sicher sein, es ist nichts Ernstes. Das ist einfach ein Tief, das ist eine Phase, die vergeht wieder, vor vielleicht vorübergehend langsamer, aber bleib trotzdem dran. Und in der anderen Situation kann es sein, dass man sagt, hey, zu deiner eigenen Sicherheit, lassen wir es jetzt bleiben, ich bin ja wirklich zweimal beim REM ausgeschieden, beide Male hat es eine Problematik gegeben bei der Lunge, weil man halt wieder Höhenunterschiede hat und Temperaturunterschiede, und dann war klar, dass wir früh genug das Ganze abbrechen, damit ich im nächsten Jahr wieder die Chance habe, gesund am Start zu sein und nicht irgendwie langfristig vielleicht mir gesundheitliche Probleme einfange. Kannst du für Normalsterbliche wie uns irgendwie kurz zusammenfassend dieses Gefühl oder diese Gefühlswelt, wenn du tagelang durchradelst, eben durch diese klimatischen Bedingungen hindurch, im Schnitt eine Stunde schlaufe, wie kann man sich diesen Tunnelblick, dieses wie automatisch, oder wie funktioniert der Körper, der Geist, kann man das irgendwie beschreiben, wenn du es müsstest? Ja und da profitiere ich dann davon, dass ich halt sehr viel trainiert habe im Vorfeld, weil einfach erstens für dich selber, ich weiß, ich habe so viel investiert, an Aufwand, in den Wintermonaten, und das ist ja jetzt einfach, das erhöht den Wert des Ganzen. Wenn du sagst, ich probiere es einfach einmal und es gelingt nicht, okay, dann steige ich aus, es geht um nichts, ich habe auch nicht wirklich viel investiert, da habe ich nicht viel verloren. Wenn du sehr, sehr viel investiert hast, dann ist die Hemmschwelle halt sehr, sehr hoch, dass du aussteigst und ich glaube, das ist ja bei Selbstständigen so, wenn du da eine Firma aufbaust, ein eigenes kleines Unternehmen, irgendwie startest, das gibst du nicht so schnell weg, wenn du irgendwo in einem Unternehmen bist und du fühlst dich nicht wohl und das passt nicht und du kannst quasi ohne große Probleme sagen, hey, ich wechsle bitte den Job und gehe mal anders hin, wirst du das wahrscheinlich eher tun, als wenn du selber dein Herzblut gerade eingekaut hast und selber was aufgebaut hast und so ähnlich ist es auch da und dann kommt noch der Faktor dazu, dass Betreuer mit dabei sind, die sich Urlaub nehmen und ehrenamtlich mit sind und ich weiß ganz genau, die machen das auch, weil sie mich unterstützen wollen und ich will jetzt auch niemanden enttäuschen und das heißt, das Zwischenmenschliche ist dann ein ganz wichtiger Faktor und ich glaube, dass das mitunter das Schönste ist in dem ganzen Sport, weil du weißt, du hast jetzt gerade ÖF-Leute mit dabei, die geben ihr Bestes und dann gibst du automatisch auch ihr Bestes und bei Unsupported-Trainern wie beim Transcontinental ist das halt deswegen auch sehr schwierig, weil du ohne Team unterwegs bist und du ist da niemand, der sagt, hey, wir geben alles, gib du bitte auch alles oder reißt die eigentlich zusammen, tu nicht so und du ist einfach niemand da, du musst du alles selbst entscheiden, das ist dann wesentlich schwieriger. Das ist, das reden wir noch einmal, weil das über die Unsupported-Trainern, vielleicht noch auch dieser Zusatz, wie kann man sich den körperlichen Zustand vorstellen, wenn du so viel Schlafmangel hast? Ist das wie auf Droge? Kannst du das überhaupt beschreiben? Wie ist das im Nachhinein? Bist du da wie auf Schiene unterwegs? Was nimmst du da wahr von der Umwelt, von den Menschen? Wie ist diese Erfahrung? Kann man die überhaupt beschreiben? Ja, nicht so schön unbedingt. Race Across America, da geht es darum, mit ganz wenig Schlaf durchzukommen, da kannst du wirklich komplett verausgaben, weil wenn es kritische Situationen gibt, ist dein Betreuer-Team da und da gibt es die kritischen Situationen, wenn du in den acht Tagen halt insgesamt sechs Stunden Schlaf kriegst. Das heißt, Schlafentzug ist dann, du glaubst, du fährst im Kreis, du glaubst, du fährst zum vierten Mal den gleichen Berg, du vergisst, was überhaupt los ist, du weißt nicht mehr, dass du beim Radlrennen bist. Ich habe einmal am Radl sitzend mein Radl gesucht und habe mir gedacht, ich habe es bei der letzten Schlafpause vergessen und war völlig entsetzt, dass ich jetzt mein Radl verloren habe, das teure Radl ist weg. Also wirklich, du wirst das irre im Kopf und das ist phasenweise echt arg, aber geht auch wieder weg. Das sind ein paar Stunden oder vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem. Und wenn es du da jemanden hast, der mit dir redet und der dich irgendwie versteht, dann geht es bald wieder weg und du wirst dann aus dem Tief wieder rauskommen und du kannst halt einfach darauf vertrauen, das sind die Stunden, wo es dunkel ist, wo dein Gehirn wenig Kreize hat, wo das Auge nicht viel sieht und dann fängt das Hirn selbst an, sich Bilder zu basteln, wenn es von außen nichts kriegt. Und Tagsüber, wenn wieder mehr los ist, dann bist du eigentlich im Kopf wieder ziemlich frisch. Aber sowas kann man nicht trainieren oder trainierst du so Schlafentzug irgendwie vorab? Nein, das ist im Training nicht sinnvoll. Du kannst das nicht trainieren und wenn du den Zustand öfters hast, du baust dich ab, also du regenerierst schlechter. Wenn du jetzt im Training sagst, du machst du mehr Wochen mit weniger Schlaf, dann erholst dich schlechter, dann wird wahrscheinlich der körperliche Verfassung irgendwie schlechter werden und da reicht es darauf zu vertrauen, dass das in Situationen, wo es wirklich nötig ist, jeder Mensch von uns kann. Also wenn du einen Sturz hast in den Bergen und du musst irgendwie noch ins Tal kommen und du hast irgendwie gerade, du kämpfst um dein Leben unter Anführungszeichen, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, wo einfach jeder mit weniger Schlaf auskommt und so ein Radlrennen ist halt eine freiwillig gewählte Ausnahmesituation, wo dann ähnliche Mechanismen im Körper aktiviert werden, quasi so das Notfallprogramm. Crazy. Wir haben vor, das waren glaube ich jetzt ein paar Monate her, ein Apnoe-Daucher, Extrem-Daucher, Christian Redl bei uns gehabt und da ist das Thema Rituale, Routinen, die er zumindest, wie viele andere auch, braucht in der Vorbereitung, aber dann auch vor allem am Wettkampftag oder über längere Zeit dann im Wettkampf. Wie ist es bei dir? Hast du sowas? Du sagst, du brauchst genau die Flasche, die muss genau so gedreht sein und der Punkt am Rad, weil das gibt die Orientierung und Halt. Hast du sowas irgendwie? Oder so eine Art von Routine, Ritual? Ja, ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich habe ich sowas, aber über das habe ich selber noch nie nachgedacht. Ich probiere, ich probiere es nicht zu haben, ich probiere nicht zu viel Aberglauben zu haben oder zu viel Routinen. Ich versuche eher immer wieder ein bisschen was, dass nicht jeder Tag gleich ist. Aber natürlich macht man unbewusst Dinge immer gleich, mit denen man sich wohlfühlt und deren Sicherheit geben. Aber ich muss ehrlich sagen, so... Oder dass du immer mit der linken Hand die Flaschen nimmst und... Nein, so ein Raphael Natal, ich hole nicht. Und die Flaschen dann genauso aufsteht in dem Abstand und in dem Zeitraum dann dringt. Und keine Linie betreten. Nein, nein, da bin ich, glaube ich, mich... Also von Ticks oder Zwängen... Manchmal geht es ja schon in Richtung Zwänge. Da versuche ich, dass ich frei bleibe von dem. Genau. Aber teilst du dir gerade so ein Extrem, also gerade im Ausdauersport, in dieser Extreme... Und da teilst du dir das in kleine Etappen, also kleiner jetzt als quasi offizielle Etappen, denkst du da, wenn du lange Straßen siehst, gerade... Na, wenn man sich die Highways vorstellt, unterteilst du das dann noch einmal virtuell für dich so zum nächsten Pfosten, zur Anhöhe weiter, dass du quasi überlebst, jetzt überspitzt. Macht man das? Ja, genau. Wenn du weißt, irgendwie... Der Hintern ist offen und dir ist schlecht und du schläfst am Radlpfost ein und deine Finger sind eingeschlafen und dein Knie tut weh und du hast dann Sonnenbraund und irgendwie der Nacken und die Schultern tun unglaublich weh und du hast noch 4000 Kilometer vor dir und das ist eine Situation, die es so jedes Mal gibt, weil die ersten 1-2-Drogs sind echt oft fürchterlich hart, bis man den Rhythmus findet, dann ist es keine gute Idee, wenn du an das große Ziel denkst, sondern dann sagst, okay, die nächste Stunde, die nächste Ortschaft, die nächste selbstgesetzte Zwischenetappe schaffe ich noch und dann schauen wir weiter und weiter denke ich nicht und noch ausgeprägter ist das, glaube ich, im Training, so wie heute. Ich sitze da ein bisschen unlocker, weil mir die 4 ist richtig wehtun. Ich habe heute so ein ganz blödes Training gehabt, war zwar nicht so lang, nur 3,5 Stunden, aber mit so ganz, ganz schircheres Sprints. Das heißt, 30 Sekunden irgendwie alles, was geht und dann 10 Sekunden locker und das ist halt für mich absolut die Hölle, weil ich halt sehr schlecht bin im Sprinten, aber trotzdem ist es wichtig, das hin und wieder zu trainieren, weil dadurch im Körper gewisse Prozesse angeregt werden und auch wenn ich in einem Rennen nicht sprinten muss, hilft mir das, auch die Langzeitausdauer zu verbessern, die Muskulatur zu entwickeln. Aber da denke ich mir einer so, ich schaffe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich halte die Intensität nicht mehr aus, aber das eine Intervall mache ich noch und dann schaue ich weiter und dann mache ich das nächste auch noch und im Endeffekt habe ich dann alle 14 Intervalle irgendwie geschafft. Jetzt noch lange weiterredest, glaube ich heute am Abend und Halbmarathon, definitiv. Vielleicht noch kurz zu dem Thema, ist ja auch trendig, aber das Thema Mindset nicht kurz, in was ist dir wichtiger, da war die interessante Antwort von dir, quasi Körper oder Geist, das hat sich vielleicht ein bisschen gedreht jetzt mit dem Alter oder mit der Routine, wie ja immer. Man sagt ja, diese Regel, die ersten 20 Prozent, Körper, der Rest geht dann nur mehr über den Geist, weil sonst, wie hat sich das bei dir geändert, wie spürst du das? Ich habe das auch immer glaubt und das sagen ja ganz, ganz viele Coaches und Trainer und ich nenne es jetzt einfach Motivationsgurus, die halt Seminare verkaufen und sich auf die Bühne stellen und erzählen, wie super wir alle sind und dass wir alles schaffen können, was wir glauben können und das ist ein schönes Narrativ und eine schöne Geschichte, aber in Wirklichkeit schaffst du nur das, was der Körper in der Lage ist, zu leisten. Und ich bin da irgendwie auch draufgekommen, weil ich gemerkt habe, okay, umso fitter ich körperlicher geworden bin, weil ich halt viele, viele Jahre trainiert habe, umso leichter geht es plötzlich im Kopf und das ganz viele sich selber so dermaßen überschätzen, weil sie eben der Meinung sind, ich bin so stark im Kopf und das missversteht man dann manchmal, dass man sagt, okay, ich kann mir dadurch vielleicht körperliche nicht unbedingt Defizite, aber ich kann aus meinem Körper mehr ausruhen, als eigentlich drinnen ist, als ich eigentlich zu leisten imstande bin, weil ich im Kopf irgendwas drauf habe, dass ich einfach noch besser bin. Und ich denke, mentale Stärke ist, dass du 100% deines Leistungsvermögens ausschöpfen kannst, an dem richtigen Tag, zur richtigen Zeit, aber der Kopf kann dich nicht schneller machen, der Kopf kann dich aber sehr wohl bremsen, du kannst da Probleme erfinden, du kannst im Moment vielleicht nervös sein oder Selbstvertrauen verlieren oder irgendwie einfach nicht das bringen, was du eigentlich kannst. Deswegen ein kleines Beispiel, bei meinem 24-Stunden-Rekord, wo ich 1026 Kilometer gefahren bin, habe ich eine Durchschnittsleistung gehabt von 275 Watt über den ganzen Tag und das haben wir im Vorfeld auch ausgerechnet, das hat mein Trainer schon ausgerechnet, der hat gesagt, so viel Kohlenhydrate, so viel Fett wirst du verbrennen, Laktatwerte, Sauerstoffaufnahme, ganz viel Rechnung eigentlich und ich habe es dann ein ganzes Jahr lang im Training mir auf den anderen Tag vorbereitet und ich habe dann exakt die Leistung gebracht, was er ausgerechnet hat. Das heißt, das war ziemlich viel Mathematiker eigentlich im Hintergrund. Natürlich war es ein hartes Jahr, dass ich das Training durchdrücke, aber ich habe nicht 20 Watt mehr fahren können als er ausgerechnet, weil du kannst nicht mehr ausholen aus dem Körper, als drinnen ist. Aber sehr wohl wichtig ist, dass du das ausholen kannst, was drinnen ist. Und ja, mein Trainer hat immer gesagt, oder früher der Teamchef vom Ram, im Kopf entscheidet sie, ob du weiter fährst und warum du fährst, musst du wissen, aber der Körper entscheidet, wie schnell du fährst. Das sind eigentlich die Idealen, die perfekten Schlussworte. Die Zeit ist relativ weit fortgeschritten, ich kann an der Stelle nur sagen, nach dem Gespräch muss man die Laufshow aufhören, es geht gar nicht anders, ich fühle mich voller Energie, voller Motivation, Christoph. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, weil wir auch das besprochen haben, du bist eben Seriensieger beim Ram, aber es gibt jetzt quasi, das ist ein Kapitel, das du für dich einmal sozusagen an dem Punkt abschließt und du hast was Neues, beziehungsweise du siehst dich in einer neuen Form, in einem neuen Format, vielleicht kannst du noch mal kurz diese Unsupported-Rennen für uns ganz kurz auf den Punkt bringen, warum sie dich so faszinieren. Nach neunmal Ram habe ich gesagt, okay, neues Ziel, neue Motivation, möchte ich mir gerne ein bisschen versuchen an meinen Horizont vielleicht auch zu erweitern, dann war eben die Geschichte mit den 24 Stunden und dann wollte ich eigentlich niemals einen Supported-Rennen fahren, weil ich mir gedacht habe, ohne Team ist es einfach vielleicht gefährlicher und Team ist immer Stärke von mir gewesen, die richtigen Leute zu haben, eine gute Vertrauensbasis, eingespült sein und ich habe gedacht, ohne mein Team, das ist gar nicht lustig und wahrscheinlich sehr abenteuerlich und dann habe ich gedacht, okay, diese Rennen werden immer beliebter, es sind immer mehr Teilnehmer, es gibt so viele Rennen beim Ram ist eher rückläufig, weil es halt kostenintensiv ist und viele das zwar gern fahren würden, aber vielleicht sich nicht ermöglichen können und ich dachte, okay, wenn ich weiterhin in dem Sport professionell unterwegs sein will und davon leben will, muss ich mich auch anpassen und ich probiere es einfach einmal an Support-Trainer und dann bin ich beim Transcontinental-Race mitgefahren, das eines der berühmtesten ist, quer durch Europa, 4.500 Kilometer von Belgien nach Bulgarien war das im ersten Jahr und ja, du musst dein Gepäck selbst mitnehmen, selbst unterwegs sein, das Radl reparieren, Schlafpausen selbst organisieren, entweder im Schlafsack irgendwo draußen oder schnell ein Zimmer buchen und noch ein paar Stunden weiter fahren, Route selbst planen zwischen den Checkpoints, die ist frei wählbar und dann fährst du halt so schnell wie möglich da durch und bist auf dich langgestellt, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, die Geschwindigkeit ist natürlich nicht so hoch, weil du öfter stehen bleiben musst, über den Eindruck, es ist körperlich nicht ganz so anstrengend, weil du halt dich gar nicht so verausgaben darfst, damit du halt bei Pannen, bei Entscheidungen, beim Streckenfinden, du kannst nicht so übermüdet sein wie beim Rams, sonst machst du Fehler, du brauchst immer ein bisschen eine körperliche und geistige Reserve, aber trotzdem ist es schon sehr, sehr anstrengend, weil ich bin da einen 9-Tag durchgefahren und 480 Kilometer pro Tag gehen auch nicht so ganz für selber, das heißt, und man darf an der Stelle drei Stunden schlafen, statt einer Stunde, aber man ist dann im Ziel trotzdem richtig fertig, man darf an der Stelle mit aller Bescheidenheit erwähnen, auch diese Disziplin, da hast du deine Konkurrenz sozusagen deklarisiert, das heißt, wir hoffen, es gibt vielleicht irgendwann einmal einen Wettbewerb, wo auch die Konkurrenz dann irgendwie mitfahren kann, ja, es ist, wollte du ihn erwähnt haben, musst du nicht erwähnen, habe ich erwähnt, das passt schon, genau, sagen wir so, ich habe von meiner körperlichen Fitness profitiert, ich war am Anfang ziemlich weit hinten, habe Fehler gemacht, habe einfach erstaunlich gefunden, wie gut die anderen das machen, die halt mehr Erfahrung haben im Answerported-Bereich, aber ich glaube, ich habe sehr schnell gelernt, habe dann im zweiten Teil weniger Fehler gemacht und, ja, bin du jetzt auch ganz gut reingekommen in die Szene und das macht sehr viel Spaß und da gibt es noch viele Herausforderungen für die Zukunft. Ja, also wer vorher schon gesagt hat, du bist der Crazy Guide, der war es zumindest spätestens jetzt, du bist absolut crazy, natürlich positiv, großartig, Christoph, vielen Dank für diese Einblicke, für dieses direkte Mitnehmen in deinen Lebens- und Leidensweg, in dem, was du geschafft hast, der ja von Erfolg gepflastert ist, wer von dir mehr hören, sehen will, kann sich natürlich buchen, Keynotes etc. Und wie gesagt, jede Woche eine neue Folge, Podcast, Sitzfleisch, in diesem Sinne, Christoph, vielleicht hören wir uns wieder und reden auch im nächsten Race über die nächsten Rekorde. An der Stelle sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. So. Ja.